30. Juni 2018, Frankreich gegen Argentinien, das klingt hochklassig. Aber ist es attraktiv? Spiegel Online-Redakteur Marco Fuchs schenkt Ihnen auch im 8. Finale täglich Lebenszeit. Vielleicht Jay sogar 120 Minuten. Mehr zu, Empfehlungen zum Video Video 4.31 Pravda am Morgen, werden auch künftig Löw als Bundestrainer erleben Video 4.41 Bürgermeister von Herthen, über die Schmerzgrenzen hinweg Video 5.19 orthodoxes Judentum, Regeln, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen Video 6.38 Russland vor der Wahl, geduldet, aber nicht akzeptiert Video 6.00 37 schwanger auf Sylt, zur Geburt musst du aufs Festland Video 7.55 25 Jahre Brandanschlag in Solingen Ich sah, wie die Flammen loderten Video 3.53 Ehemalige IS Hochburg, die Leichenräumer von Mossul Video 4.36 Geflüchtete als Lehrerin, aus dem Syrienkrieg ins deutsche Klassenzimmer Video 3.13 Weltumwelttag 2018, das Plastikarmageddon Stoppen Video 1.55 BGH Entscheidung zu Berliner Rasern, tödlich, aber nicht mörderisch Video 0.56 56 Gesichter Russlands, Arena, die Sozialarbeiterin Video 1.18 Uhr 2 gelbe Karten zu viel, Senegal ausschockiert die Menschen in der Heimat Die Kirche ist meinörung am Boden unserer Sparte mit Spielen. Musik 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 Musik